Metal-Leute, Servus und Willkommen beim Drachen Ich habe mir das Tony Hawk's Downhill Jam geholt Ich habe mir jetzt das neue Zelda auch vorbestellt Wenn alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weiß ich noch nicht Aber wenn, dann möchte ich einen Livestream machen, der über ein Wochenende geht Vielleicht auch mit ein paar Stunden Pause zwischendurch, dass ich mal ein bisschen pellen kann Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, hoffe ich seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö Wurde es so gemacht, dass es weltweit gesperrt wurde, also kommen nur zwei Videos Das konnte ich allerdings vorher nicht wissen Ach der Früh, uah, was, uah, so ne Sau, reibel Achso, nicht vergessen, der Metal soll euch einen nicht spalten Und dieser scheiß Stuhl geht mal richtig auf die Eier Naja, ich fahr jetzt in der Bigger und die Stasche sind unten draufstehen Naja, ja, lustig, das nehmen Das heißt, das ist ein großer Busser 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 Busser